Schönen guten Abend, Herr Bekedal. Guten Abend. Viele Internetnutzer sind technisch nicht so versiert, dass sie die Gefahren im Netz sehen. Warum unterschätzen wir die Gefahren der Cyberkriminalität? Ich glaube nicht, dass wir die Gefahren der Cyberkriminalität unterschätzen. Wir haben nur in den letzten Jahren zu wenig gesamtgesellschaftliche Anstrengungen unternommen. Einerseits die Medienkompetenz vieler Bürger zu steigern, sodass wir oder viele nicht mehr fast hilflos Opfer werden von einfachen Tricks. Andererseits haben wir zu wenig in die IT-Sicherheit investiert und da die falschen Weichenstellungen gemacht, sodass jetzt viele Bürger quasi mit der falschen Hard- und Software surfen und dadurch leichter Opfer werden von Kriminellen. Wo lauern die größten Gefahren im Netz, Opfer von kriminellen Machenschaften zu werden? Also die größten Gefahren sind sicherlich dort, wo man unbedarft einfach auf jeden Link klickt, der einem per E-Mail oder sonst irgendwie präsentiert wird. Oftmals möchte man einfach vielen Bürgern sagen, denkt doch einmal nach, bevor ihr irgendwo hinklickt. Ihr denkt ja auch darüber nach, bevor ihr über die Straße läuft. Netzanonymität erleichtert die kriminellen Machenschaften im Netz. Dennoch verteidigen sie die Netzanonymität. Wie erkehren Sie diesen Widerspruch? Also auch im analogen Leben brauchen wir anonyme Räume, wo wir miteinander kommunizieren und leben können. Das ist grundgesetzlich auch abgesichert. Warum sollten wir online auf anonyme Kommunikationswege verzichten? Es fordert ja auch niemand in der analogen Welt, dass überall Kameras hingesetzt werden, bis hin zu Ihrem Schlafzimmer, um tatsächlich oder vermutlich eventuell zu verhindern, dass in Ihrem Schlafzimmer eine Straftat begangen wird. Aber gleichzeitig brauchen wir natürlich Autonummern. Ja, natürlich brauchen wir Autonummern. Aber auch im Netz sind sie sehr schnell identifizierbar. Und auch im Straßenverkehr können sie sich anonym fortbewegen, ohne dass sie sofort identifiziert werden können. Sie sprechen sich auch gegen die Vorratsdatenspeicherung aus, die letztlich ja auch dazu dienen soll, kriminelle Elemente aufzustöbern. Ja, die Vorratsdatenspeicherung stellt erstmal die gesamte Bevölkerung unter Kriminalverdacht. Wir sind alle verdächtig und speichert bis zu sechs Monate, wer mit wem kommuniziert. Und wenn wir unsere Handys dabei haben, wird gespeichert, wo wir in den letzten sechs Monaten waren. Das ist vollkommen unverhältnismäßig. Das ist ein eklatanter, invasiver Eingriff in unsere Grundrechte. Und genau deswegen hat das Bundesverfassungsgericht auch den ersten Versuch 2010 untersagt, diese Vorratsdatenspeicherung so weiterzuführen. Jetzt gibt es die Forderung nach einer erneuten Einführung. Aber es bleibt dabei, sie ist unverhältnismäßig. Und bisher konnten uns keine Beweise vorgelegt werden, dass wir sie tatsächlich brauchen, dass sie dann tatsächlich verhältnismäßig ist, um auch einen effektiven Nutzen für die Gesellschaft zu bringen. Außer, dass wir alle damit überwacht werden. Die Begehrlichkeiten der Polizei steigen auch und immer mehr werden rote Linien überschritten. Stichwort Bundestrojaner. Ja, das ist ein großes Problem, dass einerseits wir diesen technischen Fortschritt haben, der auch dazu führt, dass immer mehr Unternehmen tolle Hard- und Software verkaufen, die dann auch sicherlich bei vielen Beamten und auch Politikern Begehrlichkeiten wecken. Und die dann sehr häufig mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Man möchte manchmal sagen, wünscht euch doch nicht immer diese Software, die in einem Verkaufsprospekt euch irgendwas verspricht. Wünscht euch doch erstmal ordentliche Computer und eine gute IT-Ausbildung bei Beamten, damit wir schneller und effektiver Cyberkriminalität bekämpfen und verhindern können. Man hat manchmal das Gefühl, dass in den Computerstuben unserer Polizisten noch Computer stehen, die wir schon längst zu Hause ausgemustert haben. Was bedeutet die NSA-Debatte für die Cyberkriminalität? Hat die intensive Überwachung in den USA mehr kriminelle Machenschaften offenbart? Na, offensichtlich wurden auch mit dieser omnipotenten, massiven Generalüberwachung durch die amerikanischen Geheimdienste bestimmte Attentate in den USA nicht verhindert. Die Kriminalitätsrate ist jetzt auch nicht so groß anders als in Deutschland. Vor allen Dingen gab es in den USA noch keine Vorratsdatenspeicherung. Das hat man dort heimlich gemacht. Das ist auch ein großer Unterschied. Und wir haben jetzt gerade die Situation, dass wir eigentlich aus diesen NSA-Enthüllungen lernen sollten, wie wir es nicht machen. Wir sollten eigentlich daraus lernen, dass wir komplett überwacht werden und dass wir die notwendigen Schritte einleiten müssen, damit wir zukünftig weniger überwacht werden, damit wir auch online von unseren Grund- und Menschenrechten Gebrauch machen können. Stattdessen wird diese NSA-Affäre von Sicherheitsbehörden, aber auch zum Beispiel von dem Innenministerium als Machbarkeitsstudie genommen, um neue Begehrlichkeiten zu wecken. Das ist vollkommen absurd. Herr Becke-Dahl, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.